Volksküche. Um was geht es bei der Volksküche? Volksküche ist eigentlich dazu da, den Menschen eine günstige Nahrung zu geben. Auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Das war unser Anspruch. Für uns ist es gleichzeitig noch Training für die nächsten Meisterschaft. Das ist cool, dann sieht es auch cool aus, ja. Lieber, wieder heilen, wie habe ich es machen? Besser könnte ich es auch nicht machen. Einfach auf Spitzung.